Reaper ist natürlich noch geiler. LOL, oh fuck! Oh LOL, Marvin hat mich auch runtergestoßen. Ja, Dena ist noch nie der Star! Hallihallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von GTA Online Action. Heute geht es geil ab, Cunning Stunts BMX Parcours, super sweet. Zusammen mit Dena. Hallihallo ihr Lieben. Dem Abossa. Dranzo, Storanzo. Und der Dekoration, hallihallo. Hallo meine lieben Junges, ne? Ziehen wir mal hier ein bisschen, was dort rosamäßig ist. Ey guck mal, der ist das einzige mit dem Fahrradhelm. Ja klar, Safety-Float. In Deutschland gibt es keine Fahrradpflicht. Und Marvin, du hast mir jetzt meinen Anzug geklaut. Eine Fahrradpflicht. Er hat mir den Anzug geklaut, nur weil das Strom zu draus steht. Wo gibt es denn eine Fahrradpflicht? Also optisch bin ich ganz weit vorne. Da kommt ihr gar nicht. Ihr seid ja wieder alle Ghosts, wir machen nur noch ein Ghost-Rennen hier. Ich kann auch nicht cheat, ich habe auch schon versucht. Hä, machen wir nur noch Ghosts dran, Leute? Was ist denn da los? Ja, wir wollen dir ja in die Karten spielen, weißt du? Hm, merkt es schon du. Nein, und ich habe den ersten Sprung zu bekommen. Nein, ich habe auch verkackt. Scheiße. Aber ja, man bekommt den Punkt ja trotzdem. Ich glaube, man kann den Sprung hier nicht machen, oder? Achso, weil ich noch nicht im Sprint-Modus war, deswegen. Ich habe den Sprung versucht, oder geht der Deko, mit dem er vorne springt? Hä? Oh, verkackt. Hä, bei mir bekomme ich immer den Punkt, wenn Kev durchfährt. Das ist ein bisschen strange. Oh, weiter, 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 weiter. Ja, ja, ich bekomme das, ich bin ernsthaft, wenn Kev durchfährt. Oh, come on, Alter. Leute, ich habe es nicht geschafft. Oh, jetzt habe ich es selbst geschafft. Manchmal bekommt ihr nur extrem früh, irgendwie. Oh, ich bin der Erster, Leute. Das ist ja easy. Ist das irgendwie, erinnert ihr euch noch an diese eine Map? Die war ja echt irgendwie, dass die nur ohne keine Extenszeug. Nein. Oh, ich habe gewonnen am Ende nicht. Ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Das war traurig. Ich bin nicht gestorben, wenn auf dem Fahrrad. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich bin gestorben. Oh, Leute, es kommt gleich Feuer. Oh, oh, oh. Sagt mir, wenn ihr beim Feuer seid, ja? Feuer. Beim Feuer. Seid ihr beim Feuer? Arschlecken Feuerwerk. Ich weiß nicht, was für ein Feuer du meinst. Feuerwerk oder Feuer? Feuer, dann seid ihr noch nicht da. Dann bin ich krass weit vor euch. Jetzt bin ich gestorben erst mal. Komm, 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 komm. Oh, hier ist ein Booster. Das kommt sehr gelegen. Oh, fuck. Lol. Dieser Java. Dieser Booster. Irgendjemand hat den Booster geschafft. Wer ist da hinter mir? Mami, nehme ich den Booster geschafft. Nimm ihn. Nein, dann nehme ich ihn schon mal nicht. Doch, nimm ihn. Ich habe auch gemacht. Das ist so geil. Das willst du nicht vermissen. Oh, fuck. Oh, shit. Booster. Nein, wir müssen ja hier lang. Gib doch Gas, Mann. Oh, nein. Deko fährt sehr gut. Oh, ja. Wer ist dieser Bedeutung? Oh, da hat er den Däner auch überholt. Scheiße, Leute. Dritter Platz nur noch. Eieieiei. Oh. Oh. Komm, 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 komm. Das ist unglaublich. Alter, wie ich gestoppt wurde. Oh, weiter, weiter, weiter. Oh. Nein. Du, 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 du. Du, du, du. Nein, was ist das denn? Hä? Hä, wie springt man? Ich kann nicht mehr springen. Oh, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Oh, das gibt's doch schon wieder nicht. Einfach gestorben. Oh, ich war auf die falsche Tasse für den Sprinten irgendwie kurz. Komm, 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 komm. Schadenschutz, was ist da los? Der Deko, er rollt den BMX durch. Gott, sonst werde ich letzter. Oh, jetzt gibt voll das, Junge. Alter, weiter, weiter. What the fuck, wo fährt er lang? Oh, scheiße, ich muss mehr Strecke. Gut, ich muss mehr Strecke machen. Ja, nein, du. Oh, weiter. Oh, scheiße. Ich bin voll nicht weit gefahren. Oh, ist das, ist das. Ich hab mich voll... Ja, ich bin letzter. Ich hab mich voll verguckt. Ich bin völlig falschen Weg gefahren. Haha, wie geil ist das? Ich bin zweiter, Mann. Oh, lecker mir, die. Lecker mir die Cojones, Alter. Alter, jetzt war ich neu an dem Punkt, wo man nicht mehr weitermachen kann. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ey, was ist denn mit Deko los? Nein. Oder bin ich dritter? Da ist der Mabossa? Ja, das Ding ist, langsam gehen wir die Hoden aus. Ich muss das wieder Monster trinken, um die Nachwachsen zu lassen. Ja, ich glaube, hier. Alter. Alter, man muss einen riesen Umweg machen. Nein, nein, nein. Nein, bin daneben gesprungen. Alter. Das ist nicht wahr, wie ich jetzt fahren muss. Alter Schwede, Leute. Warum hab ich so ein Pech? Da vorne geht's nach. Ey, Deko hat so einen unverschämten Vorsprung. Nein! Meine Frau. Ja, 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 verkackt. Verkackt, ja, verkackt. Meine Chance vielleicht, meine Chance. Nein, 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 meine Chance. Auf jeden Fall keine Chance für mich, egal was ich mache. Da hab ich eine Meme mit dem Blatt verloren. Ach, ist das ärgerlich. Was machst du gut? Ich springe die ganze Zeit über die Punkte hinweg. Ich bin wieder bei dem lieben Käffir. Hallo. Was geht ab? Wo muss ich, Alter. Das Ding ist, das Ding ist so verwirrend gebaut. Man weiß manchmal echt nicht immer hin muss. Scheiße. Ich hab dich wieder. Ich hab dich wieder. Wo seid ihr? Seid ihr irgendwo über mir, ne? Nein! Ja! Aber ich kann noch nicht wieder bei sein, weil erst gehen die Punkte in eine andere Richtung auf jeden Fall. Ich bin kaputt gegangen. Ich bin kaputt gegangen. Ich bin und Marvin hat, ey, Marvin macht. Ey, das gibt's doch nicht. Alter, was ist das für ein Teil? Ja, sehr schön. Ich hab keinen Boost bekommen. Ich hab keinen Boost. Ich muss wieder einen Boost selber machen. Ja, wir rüber, nein. Das ist gar nicht der letzte. Ich kann jetzt nur so schnell fahren wie irgendwie geht, Leute. Aber nicht mal das bekomme ich anscheinend. Nein, ich bin der Scheiße, ich bin auch verkackt. Oh, Mann. Ja, man war von vorne. Scheiße, Scheiße. Oh, Mann, Mann, Mann. Hä, Mann, wieso? Aber geil gebauten Map, muss man sagen. Ich find das richtig cool, dass die ganzen neuen Elemente sind. Ich find ein bisschen schade, dass es nicht so kombiniert ist jetzt mehr mit den ganzen normalen Custom Map Elementen. Schade, dass man es nicht so gut kombinieren kann. Ja, das geht auch gar nicht zusammen, glaub ich. Ja, ja, eben. Das geht ja nicht. Das ist irgendwie ein anderer Editor, ja, ne? Komm, 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 komm. Alter, was fall ich denn hier rüber? Und dass zum Beispiel ein Mann jetzt immer diese Ghost drin hat und so? Wir hatten heute eine Custom Map, eine Cutting Stunts Map. Wo bei einem Worldwide-Auffahrt so ein Rampen stand. Nein! Ja! Scheiße! Der hat mich kaputt gemacht. Der hat mich kaputt gemacht. Der hat mich kaputt gemacht. Warte, warte, warte. Ich will telekonzentrieren. Ihr habt doch keine Cutting Stunts Map gehabt mit, ähm, mit GTA, ne? Nein, 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 Mavossa, ich kriege dich, Junge. Das ist das Ziel! Das ist das Ziel! Nein! Und dieser heftige Katz hat mich geploppt. Scheiße! Ich will doch noch schaffen! Ja! Bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen hier hinter. Oh nein, ey! So ein... Wow! Ich bin die ganze Zeit... Das ist ja voll heftig hier! Fahren Sie! Ich muss nach links fahren, Leder! Ja, ja, ich fahr ja schon! Alter, ich war kacke jetzt hier! Nur 16 Sekunden. Ah! Ich muss erst noch hier hin. Was ist das denn? Das war echt ein richtig cooles Stück Zucker. Ey, Marvin, ich... Ohne Witz, ich schaffe das nicht. Was? Wieso, was ist denn los mit dir? Ey, dass Marvin Eisgalt reingefahren ist. Wo ist das Ziel? Ich wollte das Ziel zumindest sehen. Alter, ne, aber ich bin vorher mal nicht gegen die Laternen und so geflogen. Okay, es scheint bald weg zu sein, das Ziel, Leute. Ich konnte ja nicht abbremsen bei mir. Nee, es war nicht immer weg, es war nur zwischen Häusern durch. Close. Das ist ja cool, aber ich habe wegen diesen einen dummen Fehler und dann war es ein Map-Fehler, weil man da runtergefallen ist, also nicht normal weiterspielen können. Also ich muss aber sagen, GTA hätte mehr Spaß gemacht. Schon mit Windschatten noch ein bisschen nebenbei so und so, weil so ist das kein Kontakt. Wir können jetzt immer wieder richtig Action reinhauen und das machen wir GTA-Rennen, ja? Alter, Alter, das ist mal das nix. Dann erreg ich mich. GTA-Rennen, auf geht's. Weiter geht's mit endlich GTA-Action. Gefaller pur, einem Drag Race, dem Centorno, Oldschool und anständig vielen Haftbomben im Gepäck. Centorno getunt oder nicht? Ungetunt, nicht getunt. Ich habe natürlich auch Munition kaufen, Leute. Wir brauchen jetzt Munition. Munition ist gekauft, jetzt wird... Oh, man kann wieder schießen. Nice, 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 nice. Ja, jetzt reich ich mich, jetzt reich mich. Ich bin frustriert wegen dem letzten Rennen. Das Rennen heißt Enter the Dragon. Es gibt irgendeinen Kampf-Marchal-Arts-Film. Ich weiß nicht. Marchal. Marchal. Marchal-Arts-Film. Marchal-Arts-Film. Marchal, Alter. Marchal auch mal hier. Marchal. Ich bin... Ne... Was hat der GTA jetzt schon wieder mit mir vor? Ich bin... Vor mir ist der Zielblock gewesen. Nach dem Start, ich konnte nur gegen den Zielblock fahren. Was? Alter, und jetzt werde ich ihn noch so irgendwie abgehauen. Das gibt's doch nicht. War, zieh ich! Ja! Haut euch alle auseinander. So muss das sein. Und ich helfe noch zur Seite. Woppa, baby. Den hat es geschafft, Junge. Den hole ich mir jetzt. Den packe ich mir. Den holst du dir nicht, du. Wir sind fertig getuten. Nein! Ich habe keinen getuten. Ich habe einen normalen. Ich darf nur, ich kann den Reifen nicht zerschießen. Deko, wir müssen ganz kurz fassen. Wo bin ich da gelandet? Haha, nice. Fahrst her, fahrst her, fahrst her, fahrst her. Wir haben hier fast ein Motorrad geholt gerade. Warum schießt du mich ab, Deko? Ich schieß dich gar nicht ab. Dener ist noch hinter dir. Wer schießt mich denn ab? Was soll das? Loll, kämpfst du mega böse. Mann, die letzten beiden müssen noch zusammenhalten. Ja, komm. Die letzten beiden, das sind aber Deko und ich. Du sagst, die letzten beiden müssen zusammenhalten. Ich dachte, du hast mich abgeschossen. Verzieh dich. Alter. Mann, Mann. Ich habe gerade abgebremst, heute. Er hat es gerade gesehen. Aber Fahndung ist an. Ich habe schon Sterne, deswegen. Ich mache es mir selber schwieriger. Oh. Oh, 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 oh. Ich bin auf der Polizei gelandet. Verzieht er hier wohl. Ich habe den Punkt noch nicht bekommen, Deko. Oh, Polizei ist auch noch an. Alter, er hat drei Sterne. Scheiße. Ey, Kev kann so ungestört durchratzen. Hörst du da, hol dir Deko, hol dir Deko. Okay, okay. Wir halten zusammen, wir halten zusammen, wir halten zusammen. Ich schieß dich gerade nicht ab. Okay, dann mach Winschatten nach, hol ich mir Winschatten bei dir. Erledigen Sie euren Job auf jeden Fall. Also, ich werde die ganze Zeit... Oh, ich habe zweiter Platz. Hier. Alter, shit, die erste Straßensperre. Nein. Aber seid ihr dahinter denn alle? Alle stehen geblieben oder was? Geht mir aus dem Weg. Scheiße. Geht mir aus dem Weg. Über die Brücke rüber. Über 10.000 Brücken rüber. Geh mal ein Hinterreifen. Alter, fuck. Ich darf nicht hart lenken. Ich darf auf jeden Fall nicht hart lenken. Oh, nein. Oh, ich zeige es nicht. Geht gerade und ich komme nicht mehr an. Rette dich. Was? Zweite Runde? Ja, ja. Natürlich zweite Runde. Aber irgendwer ist hinter mir. Wer ist hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin so weit weg. Jetzt machen wir es mal wirklich skillig. So. Jetzt kommt der Dinko. Dinko, wir kennen es nicht ab. Wir müssen noch rankommen. Ja, die Losers sind nämlich ganz hinten. Und die planen Attentat auf dich. Also pass auf. Du hast Bullen. Eins. Drei. 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 Ich schieb dich an. Tünduck. Ha, das war nix, Kev. War das genug? Ja, das war knapp. Ich bin ganz ausgefahren. Ich hab mir schon gedacht, als es abgezogen ist. Komm mit. Ich schieb dich noch weiter an. Ich muss respawnen. Die Bullen haben mir die Reifen zerschossen. Scheiße. Komm, 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 komm. Ah. Oh mein Gott. Scheiße. Er ist hier. Digga. Ilko, was machst du da? Ah. Wir falten die beiden überhaupt. Ja. Der Junge ist scheiße. Passier dich. Ey, die Bullen, please. Alter, wie hast du das gewonnen? Da hab ich die. Ich muss auch, ich muss auch, ich muss auch. Oh, die sind immer noch so weit weg, die sind noch so weit weg. Geile GTA Action. Das Geile ist, ich kann jetzt sagen, mit Waffen gewinnt ihr, aber Skill hab ich alles gewonnen. Nee, ich hab auch gewonnen mit Skill. Nein. Doch. Das war außerhalb der Aufnahme. Das zählt nicht. Das habt ihr aufgenommen. Wir nehmen doch die Folge. Ja, stimmt. Wir haben sie aufgenommen. Alter, Käffi. Oh, was? War das close. Nein. Hallo. Oh nein. Go! Digga! Sag mir nicht, Dena wird jetzt letzter. Boom! Wie wir alle nebeneinander fahren. Nein, Dena! Don't do it! Ah! Nein! Das ist der Marvin! Alter, Hilfe! Alter, ich hab keine Reifen mehr! Ah! Alter, wie Marvin weggeflogen ist das aus wie ein fucking James Pont! Alter, nein! Ja, sieh! Nein! Ja, komm, komm, komm! Ich weiß eh, dass das Camp wieder irgendwelche Annäherungsmeter platziert hat. Ich kenn den Jungen dort. 100%! Was macht ihr da? Nicht mich, der andere! Ja, ich fahr weiter, ich fahr weiter! Warum hat mich, Kev? Alter, meine Reifen sind noch kaputt kaputt! Nein! Scheiße! Nein! 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 Alter, mein Auto ist komplett kein einziger Reifen. Ich dachte nur als kaputte Reifen, Marvin! Hatte ich auch! Achso! Das war aber spaßig! Ich habe noch eine Map, wo man einen richtig geilen Drop hat. Oh, ja! Den Drop machen wir! Drop incoming! Wiese gleich! Da sind wir wieder zurück! Leider ohne Deko! Er ist aus dem Social Club rausgeschmissen worden! Und kann nicht wieder connecten! Mit dem Reaper eine mega Ramp! Da unten! Da mit Deko! Aber schon mal einer weniger! Weil ich bin ja die letzten Mal immer nur Zweiter geworden! Alter! Du bist Erster geworden wie Chaco! Ich bin... Ich muss jetzt gewinnen, ne? Da gefühlt gar nichts mehr vorbei! Weil ich den Troll zugelassen habe! Weil ich den Troll zugelassen habe! Ja, einmal jetzt! Ich auch so mit dem Reaper, Leute! Mit dem Aventador! Alter! Der klassische Drop! Und jetzt kommt der Drop in die Hölle! Direkt! Es ist einfach wieder so ein Drop-Drop-Rennen, meint ihr? Und das mit dem Reaper ist natürlich noch geiler! Lol! Oh fuck! Oh lol! Marvin hat mich auch runtergestoßen! Ja! Dina ist doch nicht erst da! Nein! Ich hab gewonnen! Naja, noch nicht! Aber wer weiß, Leute! Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus! Keine Ahnung! Alter! Ich kann Windschatten! Von Marvin abstauben! Nein! Mit Windschatten! Alter! Kommt ihr mir näher? Marvin, du auch! Nein! Ich glaube, die kommen nicht näher! Und da vorne ist der erste Punkt! Marvin respawn! Marvin respawn! Guck mal, wir machen Windschatten-Action! Hilfe! Oh, das ist ein Glitch-Rennen! Das ist ein Glitch-Rennen! In die Hölle! Wir machen... Oh Mann! Oh Mann! Alter, mit Windschatten in die Hölle, Alter! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Dann hätte ich ja doch noch... Ich wusste auch nicht, dass man glitscht! Hellloi! Man fährt hier einfach in... Wo auch immer hier rein, Alter! Alter! Für was? Muss man dazwischen rein? Nein! Endlich! Endlich! What the fuck! Du fährst einfach... Nein, ins Haus musst du reinfahren! Das ist ein Glitch-Mail, hab ich doch gerade schon gesagt! Ich hab den Punkt unter der Erde nicht bekommen! Ich auch nicht gerade! Aber jetzt hab ich ihn bekommen! Das heißt, ich bin immer noch erster, Leute! Der Reaper! Er sieht auf jeden Fall mega nice aus! Gerade von vorne! Von hinten irgendwie komisch, muss ich sagen! Ein bisschen! Irgendwas ist ein bisschen missraten! Da unten! Hauptsache man kann ja einfach ins Haus reinfahren! Aber in echt ist er wieder so... Werden Sie das einfach... Please! Dena, magst du noch mal kurz stehen bleiben? Alter! Das ist ja eigentlich ein Murakarn, ja! Ist ein bisschen kurz hierfür... Was ist das denn? Ah! Passer, 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 passer! Dena! Ja, ja! Ähm... Nö, nö, du... Wo seid ihr da vorne? So ein Lamborghini muss natürlich auch artgerecht bewegt werden! Und da muss man natürlich auch ein bisschen Gas geben! Und deswegen kann ich jetzt leider gerade für dich natürlich unangenehm... Ist das denn Lamborghini tatsächlich? Jep, jep! Und zwar sehr, sehr genau! Ich finde nämlich der sieht sehr geil aus, ne? Ja, sehr aggressiv, sehr nicey und er bin ich im Ziel! Oh! Gewonnen! Ich habe das schon ganz vergessen! Easy peasy! Ich hab das schon vergessen! Was hast du vergessen? Perfekt uptime! Oh, wie fahr ich denn bitte? Komm, die Tankstelle ballern wir auch mal kurz in die Luft! Komm schon! Okay, ich glaube, ich darf nicht so viel trollen, denn der... Ist das schon! Nein! Hä? Was? Seid ihr beide noch nicht im Ziel? Wie weit weg seid ihr denn? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Retourkutsche! Die ist da! Die Retourkutsche! Die Retourkutsche! Oh Mann! Ich wollte ein bisschen noch trollen und dann kriege ich den Typen nicht! Ja, Wabi! Wenn man sich verfährt... Träumen muss gelernt sein! Das habe ich in der letzten Folge oder in der letzten Runde auch bitter erlernen müssen! Leute, wenn euch das gefallen hat! Die heutige Folge insgesamt! Dann lasst ein Däumlein nach oben da! Wir sind in drei Tagen wieder mit denen am Start! Morgen mit den Jungs! Also sehen wir uns! Macht's gut! Bis dann! Ciao, ciao, ciao! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis in drei Tagen zur nächsten Folge von GTA Online! Macht's gut! Ciao! Bis dann! Bis dann!